Der Kampf gegen das Böse ist in dieser Zeit im Gange und meine Kinder werden immer wieder versucht, ohne zu reagieren. Botschaft der Allerheiligsten Jungfrau Maria an Luste Maria am 8. Mai 2023 Geliebte Kinder meines unbefleckten Herzens Mit meiner Liebe segne ich euch, damit meine Liebe in jedem Einzelnen von euch gegenwärtig bleibt. Meine Kinder zeichnen sich dadurch aus, dass sie in sich selbst Liebe sind und ihren Brüdern Gutes wünschen, vergleiche Io 4, 7, 8. In diesem Monat, den ihr in besonderer Weise dieser Mutter widmet und den Heiligen Rosenkranz betet, wünsche ich, dass ihr den 13. Mai darbringt. Betet für die meiner Kinder, die meinen göttlichen Sohn nicht anbeten. Opfert den heiligen Rosenkranz für diejenigen, die in das Leben meiner kleinen Kinder einbrechen und sie dazu bringen, sich an dämonische Praktiken zu klammern und meinen göttlichen Sohn zu vergessen und zu verleugnen. Diese menschlichen Kreaturen werden schwer bestraft werden. Sie leben in ständiger Veränderung. Naturkatastrophen ereignen sich eine Nacht der anderen und sie verstehen immer noch nicht, dass dies Zeichen und Signale sind, die als Mahnung für sie dienen, zu werden. Was geschieht in dieser Zeit mit der Menschheit? Die Vergessenheit meines göttlichen Sohnes überwiegt, das Göttliche wird geleugnet und es wird geglaubt, dass das Gute das Werk des Menschen ist und alles Schlechte, das im Leben des Menschen oder der Menschen geschieht, die Schuld Gottes ist, VGL, Jakobus 1, 13. Die menschliche Kreatur ist unberechenbar, sie geht ständig hin und her auf der Suche nach dem, was sie für sicherer und richtiger hält, und sie hat keine Kenntnis des göttlichen Wortes und ist auch nicht geistig, deshalb fehlt ihr die Unterscheidungskraft. Sie gehen von Ort zu Ort und versuchen zu finden, was sie nicht finden werden, solange sie nicht auf sich selbst schauen und mein göttlicher Sohn in allem und jedem sehen. Der Kampf gegen das Böse ist zu dieser Zeit in vollem Gange und meine Kinder werden immer wieder versucht, ohne darauf zu reagieren. Betet meine Kinder und haltet euch weiterhin an Gottes Gesetz. Betet meine Kinder, empfangt die heilige Eucharistie, betet und leistet Wiedergutmachung. Betet meine Kinder und bittet um die Gnade, die Liebe meiner Mutterschaft zu spüren, die dem Bösen widersteht, ohne zu fallen. Betet meine Kinder, als Teil meiner marianischen Armee, die mit Liebe, mit Glauben, mit Hoffnung und mit Nächstenliebe kämpft, vereint mit dem heiligen Erzengel Michael und seinen himmlischen Legionen und meinem geliebten Friedensengel, erfülle ich den göttlichen Auftrag, die höllische Schlange und ihre Legionen zu zermalmen. Betet, meine Kinder, die Kinder meines göttlichen Sohnes sind meine Kinder, ich warne euch vor einem himmlischen Körper, der sich der Erde nährt. Der Glaube wird auf die Probe gestellt und diese Mutter warnt euch, im Glauben, in der Hoffnung und in der Gewissheit zu beten, dass ihr von der göttlichen Hand beschützt werdet. Seid euch bewusst, dass ihr bei einer ungewöhnlichen Synode ein Zeichen vom Himmel erhalten werdet, einen Vorboten der nahen Warnung. Habt keine Angst, seid Kreaturen des Guten, seid gewiss, dass mit dem Glauben alles möglich ist, vergleiche Io 5,4, MT 9, 21-22. Wenn ihr im Glauben bleibt, was ihr vor euren Augen für unmöglich haltet, vollbringt der Glaube eines jeden meiner vereinten Kinder große Wunder. Opfert für so viele Seelen, die in der Dunkelheit, im geistigen Verderben und in der geistigen Verleugnung leben. Seid Liebe, damit die göttliche Liebe sie überschwemmen kann. Ich trage euch in meinem mütterlichen Herzen. Ich segne euch und rufe euch dazu auf, Sprecher dieses meines Rufes zu sein. Ich lade euch ein, mich anzurufen, wenn Gefahr lauert. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Nehmt Zuflucht in meinem Herzen, wächst in meinem Schoß und erkennt meinen göttlichen Sohn aus meiner mütterlichen Hand. Mama Maria Ave Maria, du Reinste, ohne Sünde empfangen. Ave Maria, du Reinste, ohne Sünde empfangen. Ave Maria, du Reinste, ohne Sünde empfangen. Kommentar von Luste Maria Brüder In diesem Ruf der Gottesmutter spüren wir das Herz, das zweifelsohne für und von Gott schlägt. Das auserwählte Geschöpf, das heilige Gefäß, das vor dem Gruß des Engels sprach, fiat voluntas tua. Heute lädt uns die Gottesmutter ein, sie mit dem Glauben zu begleiten, der in ihren Sorgen wächst, mit dem Glauben, der, wenn er verfolgt wird, mit dem Schild des kostbaren Blutes Christi bedeckt ist. Brüder, was vor uns liegt, ist nicht leicht, aber es ist nicht unmöglich, Christus und unserer Mutter treu zu bleiben, wenn das Herz und die Gedanken im göttlichen Willen verankert sind. Eine große Nachricht wird uns mitgeteilt. Der Friedensengel, Stern, wird in der letzten Schlacht anwesend sein, vereint mit unserer gesegneten Mutter, dem heiligen Erzengel Michael und den himmlischen Legionen wird er dem Feind der Seele und seinen Anhängern gegenübertreten. Erinnern wir uns, Brüder, wie viel der Himmel uns seit 2013 über den Friedensengel offenbart hat, und nehmen wir von nun an diesen unendlichen Segen an, der dieser Generation und dem Ende dieser Zeiten vorbehalten ist. Ich lade euch ein, über das Buch zu meditieren, in dem die Offenbarung über den Friedensengel, Stern, zusammengestellt ist, und unsere Mutter zu bitten, dass sie uns in ihrem unbefleckten Herzen aufnimmt und uns hilft, ein solch unermessliches Geschenk des Himmels mit wahrem Vertrauen anzunehmen. Brüder, lasst uns ohne Angst und mit mehr Glauben als in der Vergangenheit im Glauben fortfahren. Amen. Stern, mehr über den Engel des Friedens.